Lawinenhorror im Skiparadies. Wintersportler werden lebendig begraben. Als Touristen abseits der Piste fahren, löst sich plötzlich eine Schneedecke. Vier Menschen werden von den Schneemassen verschüttet. Augenzeugen setzen umgehend einen Rettungsruf ab. Wenige Minuten später wird mit der Suche begonnen. Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Unterhalb der Schneedecke kommt es schon nach kurzer Zeit zu Sauerstoffmangel und Erfrierungen. Dank der schnellen Hilfe können alle Verschütteten gerettet werden.